Zu den größten Eigenschaften einer Frau ist, meine lieben Geschwister im Islam, wir reden hier von der rechtschaffenden, tugendhaften Frau, die eine Ehefrau sein möchte, eine Hausfrau sein möchte, eine Mutter von Kindern sein möchte. Die größte Eigenschaft, die sie haben muss, ist das Gefühl der Gehorsamkeit. Das Gefühl der Gehorsamkeit gegenüber ihrem Ehemann. Und dies beinhaltet, dass sie weiß, dass sie im Allgemeinen schwächer ist als der Mann. Der Prophet, als er über die Frauen sprach, sagte er, Die Frauen haben in der Regel gegenüber den Männern eine Schwäche im Verstand und eine Schwäche in der Religion. Das heißt, sie sind schwächer vom Verstand her und schwächer von der Religion her. Und als er dann gefragt wurde, was das genau bedeutet, dann sagte er, dass bei der Zeugenaussage, die Zeugenaussage einer Frau, nur die Hälfte der Zeugenaussage eines Mannes ist. Und was die Religion angeht, so hat die Frau die Regelblutung. Das heißt, sie hat Tage, vielleicht sogar Wochen, wo sie nicht beten kann und nicht beten darf. Und das heißt auch nochmal, jetzt wenn wir über die Natur der Frauen sprechen, dass die Frauen in der Regel ihre Emotionen über ihren Verstand stellen. Also die Frauen sind mehr emotional als rational. Die Männer mehr rational als emotional. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Frau auch als Mutter bestimmt für die Kinder, weil sie diese Emotionen hat, wie sonst kein anderer Mann. Sie muss diese Emotionen haben, sie muss diese Gefühle haben, diese Zuneigung haben, diese Zärtlichkeit haben, damit sie auch barmherzig mit den Kindern umgehen kann und damit sie auch die Kinder erziehen kann.